Musik So lange haben wir fast so durchgängst aus den Regen, wir sind jetzt endlich am Eisenring wieder los, sofort werden kann. Tag eins ist der Kuchen rum, auf den Boon, dann Boon Day, jemals dieser ganz leckige Schanz. Und so zum Beispiel auf dem Gelände in Schäsel ist Augen umgeblieben. Du dabei, wie ist der Haus? Guten Morgen. Ja, ich hab erst gedacht, ich muss hier ein bisschen was erzählen über welcher Vogel zwitscher den Schäsel am laufesten, weil vielen haben wir heute Morgen noch gar nicht gehört. Habt ganz schöne Regen, gestern Abend, und wir haben hier noch immer, deshalb ist hier alles ganz schön matschig. Viele sind dann eher im Zelt geblieben, aber ich hab ja gerade mal einen kleinen Gang über den Platz gelegt, die sind gerade draußen und sich fragen, warum seid ihr schon auf eurem Zelt? Weil das ist die beste Zeit, um zu gehen, dass das Wasser auch noch warm ist, außer den Sehberg, weil fände ich nicht allzu lange an, um zu sein, und dann schaffe ich nicht. Ist das nicht so schlecht weggegangen? Na ja, ist das Alkohol weggegangen. Meine Güte, meine Güte, meine Güte. Meine Güte, meine Güte. Ja, ich würd sagen, der Festivalboden ist einfach viel zu hart gewesen, und trotz der Kirche war es einfach mega heiß, das Feld ist nicht komisch aufzuhalten. Achtung! 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 Achtung!